Im größten Waldgebiet der Wesermarsch, dem Bollenhagener Moorwald, gibt es eine neue Attraktion. Ein sprechender Brunnen informiert die Besucher des Erholungsgebietes über den Wandel in der Landwirtschaft im Laufe der Jahrzehnte. Nach einem kurzen Druck auf einem Knopf berichtet Hanna, gesprochen von Elke Moorbeck-Böse, vom Landleben. Eine Infotafel gibt in sechs Schritten dazu Erläuterungen und zeigt Bilder aus der Zeit. Der sprechende Brunnen ist das neueste Projekt im Bollenhagener Moorwald. Ermöglicht wurde es durch die finanzielle Unterstützung der niedersächsischen Bingo- und Landessparkasse zu Oldenburg für die Umweltbildung.